Es gibt einige mathematische Operationen, die wir für so alltäglich halten, dass wir kaum noch Gedanken an sie verschwenden. In diesem Video möchte ich diese Operationen hochleben lassen und nebenbei ein paar ihrer Verwandten vorstellen. Die drei bekanntesten Operationen kennen Sie aus der Primarschule, die Addition, die Substraktion und die Multiplikation. Die Addition ist einfach. Wir nehmen zwei Zahlen und zählen sie zusammen. Die Addition hat aber ein kleines Geheimnis und das ist die Addition mit Null. Wenn wir zu einer beliebigen Zahl Null hinzuzählen, dann erhalten wir immer die gleiche Zahl. Deshalb wird die Null als das neutrale Element der Addition bezeichnet. Das klingt banal, aber wir werden gleich sehen, dass das neutrale Element uns Tricks zur Verfügung stellt. Eine zweite Eigenschaft der Addition ist, dass die Reihenfolge unserer Zahlen keine Rolle spielt. Es ist also egal, ob wir 1 plus 3 addieren oder 3 plus 1. Diese Eigenschaft wird als Kommutativgesetz bezeichnet. Kommen wir nun zur Substraktion. Bei der Substraktion ziehen wir eine Zahl von einer anderen ab. Das Ergebnis ist die Differenz, die wir in vielen Formeln als Delta getarnt wiederfinden. Die Substraktion hat das gleiche neutrale Element wie die Addition, die Null. Wenn wir von einer beliebigen Zahl Null abzielen, dann erhalten wir immer die ursprüngliche Zahl als Ergebnis. Die Substraktion kann aber noch mehr. Ziehen wir nämlich von einer beliebigen Zahl diese Zahl ab, dann ist die Differenz immer Null. Auch das klingt banal. Mit diesen Eigenschaften können wir aber schon einen kleinen Trick durchführen. Wenn wir nämlich zwei beliebige Zahlen addieren und dann vom Ergebnis eine der beiden Zahlen abziehen, dann erhalten wir immer die jeweils andere Zahl als Ergebnis. Das liegt daran, dass wir hier eine versteckte Addition mit dem neutralen Element haben. Schauen wir uns das genauer an. Wir haben zwei Zahlen A und B. Diese Zahlen addieren wir. Dann ziehen wir eine der beiden Zahlen ab. Nehmen wir einmal an, dass wir B abziehen. Weil B minus B immer Null ergibt, steht hier etwas kompliziert ausgedrückt, dass wir Null zu A hinzuzählen. Wenn wir A abziehen, müssen wir den Termen etwas umbauen. Dazu nutzen wir aus, dass die Reihenfolge der Werte bei der Addition egal ist. Wir vertauschen also A und B in der Addition. Wieder sehen wir sofort, dass wir hier eine versteckte Addition mit Null haben. Um das Ergebnis dieser Operation zu bestimmen, sollte niemand rechnen müssen. Die nächste Operation ist die Multiplikation. Die Multiplikation ist eigentlich nichts anderes als eine glorifizierte Addition. Dabei addieren wir die gleiche Zahl immer wieder, nämlich genau so oft, wie der jeweils andere Multiplikator angibt. 3 mal 5 bedeutet also nichts anderes, dass wir 5 Dreien zusammenzählen. Weil bei der Multiplikation ebenfalls gilt, dass die Reihenfolge irrelevant ist, kann es aber genauso gut heißen, dass wir 3 Fünfen addieren. Auch die Multiplikation hat ein neutrales Element. Das ist aber nicht die Null, denn wenn wir Null mit einer beliebigen Zahl multiplizieren, dann erhalten wir immer Null und nicht die gesuchte Zahl. Diese Eigenschaft ist aber nicht ganz unwichtig, denn wir wissen jetzt, wie wir das neutrale Element der Addition aus einer Multiplikation erhalten. Um aber eine beliebige Zahl durch Multiplikation ebenfalls als Ergebnis zu erhalten, müssen wir diese Zahl mit 1 multiplizieren. Damit sehen wir, dass die 1 das neutrale Element der Multiplikation ist. Eine weitere Eigenschaft der Multiplikation ist, dass sich das Vorzeichen einer beliebigen Zahl umkehrt, wenn wir diese Zahl mit minus 1 multiplizieren. Aus dieser Eigenschaft ergibt sich eine interessante Erkenntnis für die Addition. Nehmen wir zwei beliebige Zahlen a und b und addieren diese. Jetzt multiplizieren wir b mit minus 1. Wir erhalten dadurch a plus minus 1 mal b. Weil minus 1 mal b das Vorzeichen von b umkehrt, könnten wir also auch a plus minus b schreiben. Und das ist nichts anderes als a minus b. Daraus folgt, dass eine Subtraktion nur eine getarnte Addition ist. Wenn Sie also in der Schule gelernt haben, dass Sie die Werte einer Subtraktion nicht vertauschen dürfen, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Selbstverständlich dürfen Sie die Werte einer Subtraktion vertauschen, wenn Sie die Vorzeichen der Werte mitnehmen. a minus b ist nämlich nichts anderes als minus b plus a. Das ist sehr spannend, denn nun löst sich die Subtraktion wie eine Fata Morgana in Luft auf und es bleibt nur noch die Addition und die Multiplikation übrig. Die Potenz ist unsere nächste Operation. Wir können uns Potenzen als glorifizierte Multiplikationen vorstellen. Beim Potenzieren multiplizieren wir nämlich eine Zahl so oft mit sich selbst, wie es der Exponent angibt. Beim Potenzieren dürfen wir die Operatoren entsprechend nicht vertauschen. Bei der Potenz gibt es ebenfalls ein neutrales Element, allerdings nur für den Exponenten. Wie bei der Multiplikation ist das die 1. Wenn wir also eine beliebige Zahl hoch 1 nehmen, erhalten wir die Zahl selbst. Eine zusätzliche Besonderheit hat die 0 als Exponent. Jede Zahl, die mit 0 potenziert wird, ergibt 1. Das ist die direkte Folge aus der Potenzregel a hoch m plus n ist gleich a hoch m mal a hoch n. Wenn wir m gleich 1 und n gleich 0 setzen, dann erhalten wir a hoch 1 plus 0 ist gleich a hoch 1 mal a hoch 0. Das bedeutet, a hoch 1 ist gleich a hoch 1 mal a hoch 0. Wir sehen hier das neutrale Element in doppelter Aktion. a hoch 1 ist a. Daraus folgt, a ist gleich a mal a hoch 0. Wir wissen aber von der Multiplikation, dass das neutrale Element 1 ist. Unsere Gleichung ist deshalb nur dann gültig, wenn a hoch 0 gleich 1 ist. Das gilt übrigens auch für a gleich 0, denn warum sollte etwas für alle Zahlen gelten, nur nicht für die 0? Das stimmt allerdings nur, wenn Sie nicht Excel verwenden. In der Praxis ist das aber selten ein Problem. Zur Potenz gehört der Wurzeloperator. Der Wurzeloperator ist nur eine andere Schreibweise für Potenzen, bei denen der Exponent zwischen minus 0,5 und 0,5 liegt. Die Wurzel entspricht dabei der Potenz zur Inversen der jeweiligen Wurzel. Das heißt, für die Quadratwurzel potenzieren wir mit 1 halb, für die Kubikwurzel potenzieren wir mit 1 drittel und so weiter. Dass wir als Ergebnis der Wurzel der Potenz einer Basis die Basis selbst erhalten, ergibt sich übrigens aus einer anderen Potenzregel, nämlich a hoch m hoch n ist gleich a hoch m mal n. Wenn wir also für m eine beliebige Zahl einsetzen und für n die Inverse von m nehmen, dann ergibt sich a hoch m hoch 1 durch m oder a hoch m mal 1 durch m. Das können wir auch als a hoch m durch m schreiben. Weil m durch m immer 1 ergibt, erhalten wir a hoch 1 und das ist das gleiche wie a. Das bringt uns zur letzten Operation, der Division. Eine der wichtigsten Eigenschaften der Division haben wir gerade beobachtet. Dividieren wir eine beliebige Zahl durch sich selbst, dann erhalten wir als Ergebnis 1. Ähnlich wie beim Potenzieren ist die Division nicht kommutativ. Wir können deshalb den Dividenden und den Divisor nicht vertauschen und trotzdem das gleiche Ergebnis erhalten. Die Division können wir uns übrigens als glorifizierte Substraktion vorstellen. Beim Dividieren ziehen wir den Divisor so lange vom Dividenden ab, bis das Ergebnis dieser Substraktion kleiner als der Divisor bzw. kleiner als der Absolutwert des Divisors wird. Das Ergebnis der Division ist die Anzahl der durchgeführten Substraktionen. Falls die Substraktionen nicht genau 0 ergeben, bleibt zusätzlich ein Rest. Der Rest kann wegen dieser Logik nur eine Zahl zwischen 0 und dem Divisor minus 1 sein. Die Operation, die uns den Rest einer Division zurückgibt, wird übrigens als Modulo bezeichnet. Die Modulo-Operation ist deshalb interessant, weil sie immer genau dann 0 ergibt, wenn eine Zahl genau durch eine andere Zahl geteilt werden kann. Das veranschaulichen wir uns schnell an den Zahlen 4, 5, 6 und 7. Diese Zahlen teilen wir durch 3 und betrachten das Ergebnis der Modulo-Operation. Aus der Substraktionslogik wird auch klar, warum die Division durch 0 undefiniert ist. Die 0 ist ja das neutrale Element der Substraktion. Ziehen wir also 0 von einem Wert ab, erhalten wir immer diesen Wert als Ergebnis. Entsprechend kann kein Ergebnis durch sukzessives Abziehen von 0 ermittelt werden, weil das Ergebnis dieser Folge von Substraktion nie kleiner als 0 werden kann, sondern immer den Wert selbst ergibt. Aus diesem Grund ist es auch falsch, dass das Ergebnis unendlich sei und Computer damit nur nicht umgehen können. Neben diesen Eigenschaften hat auch die Division ein neutrales Element. Analog zum Potenzieren bezieht sich das neutrale Element der Division nur auf den Divisor. Wie auch bei der Multiplikation und der Potenz ist das neutrale Element der Division die 1. Wenn wir also eine beliebige Zahl durch 1 teilen, erhalten wir immer diese Zahl als Ergebnis. Genau umgekehrt gilt, wenn wir die 0 durch eine beliebige Zahl teilen, dann erhalten wir immer 0 als Ergebnis. Die Division hat noch einen anderen Unterschied zur Addition und Multiplikation. Bei der Addition und der Multiplikation erhalten wir immer eine ganze Zahl als Ergebnis, wenn beide Operanten ganze Zahlen sind. Wie wir schon gesehen haben, gilt das für die Division nicht immer. Stattdessen hat das Ergebnis immer einen ganzzahligen Anteil, den Quotienten und einen Rest. Daraus ergeben sich viele praktische Anwendungen für die Programmierung. Fassen wir zusammen. Wir haben fünf Operationen besprochen. Die Addition, die Substraktion, die Multiplikation, die Potenz und die Division. Jede dieser Operationen hat ein neutrales Element, das mit einem beliebigen Wert kombiniert, immer diesen Wert als Ergebnis erzeugt. Die Substraktion können wir durch eine Kombination aus Multiplikation und Addition ersetzen. Die Multiplikation haben wir als glorifizierte Addition und Potenzen als glorifizierte Multiplikationen kennengelernt. Die Division konnten wir auf die Substraktion zurückführen und uns dadurch die Besonderheit der Division durch 0 verdeutlichen. Zusätzlich haben wir die Modulo-Operation kennengelernt, die uns den Rest einer Division zurückgibt. Die Dimension der Dimension Die Dimension der Dimension